Ich sag's, was ist denn? Ist das Quack langsamer als dieser scheiß Twark? Ja, halt die Klappe hier noch mal, sicher. Ich hab ihn, glaub ich. Ja, ist Storm. Darf ich fahren? Nein, wir fahren einfach. Ab nach Freud's End damit. Der brennt ein bisschen. Ja, scheiß drauf. Lange ich explodiert, scheiß drauf. Der fahr ganz schnell. Fahr ganz schnell nach hinten. Ganz schön schnell fährt er aber nach hinten. Fahr schnell dahin. Ich fahr so schnell wie ich kann. Die juckt das bestimmt nicht, dass ihr Benzin schon brennt. Die Quest zählt, glaub ich, trotzdem. Ne? Ach, Benzin ist Benzin. Ah, das Benzin da drin brennt nur gerade ab, aber es juckt, glaub ich, kein. Ja, das sind ja nur meine Haare, die gleich ein bisschen abfackeln. Weg da! Weg da, oder wir jagen euch mit in die Luft. Erstmal ein bisschen frische Luft genießen. Ich glaub, das wär nicht so geil, wenn wir ein Dings überfahren. Einfach schnell nach Freud's End. Aber diese Sektenmusik geht mir auf den Sack. Ich hasse gerne eine Musik ins Spiel, weil sie oft Copyright ist, aber diese Sektenmusik geht mir besonders auf den Sack. Ne? Mhm. Aber wo wir Fortnite geschmückt haben, das Kommentar? Einfach nur geil. Vor allem, wir liefern ihnen jetzt einfach einen Tankwagen ab, mit dem sie eigentlich nichts mehr anfangen können, aber scheiß drauf, ne? Oh, fuck! Oh nein, dieser dumme Konvoi ist gerade da. Komm, fahrt schnell um die Ecke da, wir wollen nichts von euch. Fahr einfach. Boah, wie schnell er auf einmal fährt. Da ist ein Konvoi unter ihm her. Ja, einfach da reinparken. Und fertig ist. Guck, zählt. Scheiß drauf. Wie viel bekommen wir? Tritt aufs Gas, abgeschlossen. Fertig. Komm, bitte Geld, bitte sehr viel Geld. Nein, das ist eine Hauptquest, die bringt kein Geld. Aber guck mal, wie weit wir schon sind. Wir sind sehr dicht dran. Das hat halt 675 Wertpunkte gebracht, ne? Okay, nice. Das bringt halt kein Geld, das war eine Hauptquest. Wie viel? Brauchen wir noch? Warte? Ja, oha! 1100... 1400... 1400... Ja, also 1375, das wollte ich eigentlich sagen. Aber ich habe mich dann irgendwie verrannt. Nicht meinen eigenen Worten. 1375. Weil 25 haben wir ja schon. Hm. Kann man sich eine gute Waffe kaufen? Oder? Ja, 1375. Ich hätte ein Auto abfallen, das Auto-Hug. Mann, hau doch ab, du dummes Flugzeug. Ja... Ich würde das Umspannweg erreichen, aber mein Auto wurde von so einem dummen Hugo zerstört. Ja. Lass deinen Heli nehmen. Wo ist ein Heli? Hier, auf dem Hinterhof hat er ein Heli nicht stehen. Ist denn da Waffen dran? Ist mir egal, es ist ein Flugzeug, es ist ein Fahrzeug, um zum Umspannweg zu kommen. Bevor wir wieder eine halbe Stunde nach dem Fahrzeug suchen. Ja, verpiss dich endlich, du dummes Flugzeug. Oha, wie schnell wir sind. Ja, soll ich einfach verpissen, der Typ nervt. So, hier sollen wir uns umsehen, ne? Ja, ja, hier sollen wir irgendwas machen. Warte, ich halt hier. Mann, kann dieses dumme Flugzeug jetzt mal abhauen. Wir wollen hier in Ruhe eine Quest machen und dich nicht mit dir fighten. Geh deine Mutti fragen, ob sie ein paar mit dir fighten möchte. Mann. Ah, hier ist es. Überbrücke ich scheitere, du hast sie schon gefunden? Ja, ja, hier. Ich komm. Wenn ich nicht Katrin in den Zaun laufe. Ist das ein Alarm? War der Einsatz noch nicht hoch genug für dich? Ich lege mal ein paar Schalter um, ne? Mach das. Ja, du kannst mir helfen, ne? Es sind fünf Stück. Hier über ein paar Schalter umzulegen. Ich habe noch nicht genug Strom! Ah, da oben ist ein Schalter. Ich geh hoch. Okay. Ich glaub an dich. Guck mal, wo der letzte ist. Ah, der erste. Es ist nur vier von fünf. Der andere muss noch einer sein. Ich soll mal außenrum zu heulen. Siehst du den fünften? Nein. Ah, da oben. Genau. Und aber schon was. Ich komm mich da hoch. Oh, welche Leiter. Warte, ich komm hin. Welche Leiter? Warte, ich komm hin. Ja, ich komm hin. Oder ist hier keine? Nee, ist keine. Beim anderen war eine Leiter. Deswegen dachte ich. Ah, warte. Ich seh's, glaub ich. Na, ich loote die ein bisschen. Ich hab nicht so viel money. Glaub ich seh die. Wenn man die Seilrutsche so rum bünd... Nee, kann man nicht, ne? Schade. Man kommt da so nur wieder runter, okay? Okay. Dann muss man einen anderen Weg finden da hoch. Ich seh auch noch so einen Kletter am Punkt, du? Nee, ich versuch grad hier mit Speed. Warte, kann ich vielleicht von hier die Seilrutsche benutzen? Auf dem anderen, wo ich drauf war, ist auch noch eine Seilrutsche, die rüber geht. Vielleicht kann ich die von hier benutzen. Na? Okay. Weil hier ist auch noch eine. Ja, die kann ich benutzen. So kommt man rüber. Oh, nice. So, und jetzt bin ich hier und von hier kann ich einfach hochklettern. Zack. Hab ihn. Ja, der Strom wird umgeleitet. Komm vorbei, um mich zu verabschieden. Ach komm, wir fliegen wieder. Jo, ich komm. Ich loot aber auch noch kurz, ne? Ja, ist gut. Ich sag kurz, alle, die ich jetzt gerade noch seh, da loot ich kurz. Bei dir haben auch immer ein bisschen Geld dabei. Wollen wir da wieder Geld sammeln. Hast du grad das Auto weggeschoben? Kann ich mal aufhören zu drehen, das bringst du mich nur um. Zack. Dann lass mal zurück zu Larry fliegen kurz. Da sind wir. Na, aber bei mir wird sich schon wieder nicht angezeigt bekommen müssen. Hey, ihr Freundes zu Larry gleich wieder da. Hier, ne? Genau, da ist wieder Larry. Oh. Oh. Vor allem sind sie da. 1.600 Dollar. Und irgendeine krasse Waffe kriegen wir gleich. Oh. Ich brauche eh eine neue Waffe. Ich habe keinen Bock mehr auf die gleiche. Komm, wir kehren dich hier vorne. So ein Magnopulser kriegen wir gleich. Na? Er sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich glaube, ich habe einen. Na? Ich glaube, ich habe Gott uns einen Freund umgebracht. Ja, dann schiebe ich den gleich neu. Halt die Klappe. Ja, auf viel Spaß. Drei, zwei, eins. Achso. Du wolltest mich mitnehmen, ne? Wir kommen mit. Hey, Betrug. Wir wollen mitkommen. Oh, was passiert jetzt? Mal gucken. So ein Event? Ne. Hä? Ja, gut. Er ist weg. Geil. Kurz. Hey, hier liegt dieser Magnopulser. Wenn du möchtest, nimm ihn mit. Erfolg freischaltet. Wissenschaftlich bewiesen. Skepsis beiseite. Hilf Larry. Hast du einen Xbox Erfolg gegeben? Kann ich die einmal bei dir aus... Achso, was würde ich jetzt bringen? Naja, muss wahrscheinlich bei Gegner auspülen. So. Wieviel brauchen wir noch? Tausend... Äh, 1100 brauchen wir jetzt noch. Ich hätte sonst jetzt den Insekten außen... Oder? Wir gehen bei US Auto gucken. Könnten zu US Auto reisen und da in der Nähe eine Quest machen? Oder den Außenposten, Johan. Haben wir ein Auto in der Nähe? Ja. Naja, wir haben den Heli, ne? Ja, lass mal zum Außenposten fliegen und den kurz clearn. Okay. Lukas. Na, wegen Munitionen. Da musst du ein Stück so... Ja, Schiss drauf. Das ist doch das Pistolen-Munit. Da musst du gleich in die Luft legen. Na, ich bin mal weiter weggeflogen. Na, warte. Kann ich das jetzt werfen? Warte. Ja. Hab's. Ah, Mist. Ah, warte, ich geh mal tiefer. Ne, ich werf sonst ne Granate. Aha! Ja, flieg halt fünf Kilometer am Turm weg. Dann schieß ich weiter mit der Pistole drauf. Scheiß drauf. Ich kann mir ja gleich neue looten am Sekten außenposten. Ich glaub, du musst wieder ein Stück weg, weil ich kann den so nicht treffen. Man kann den aber auch so kaputt machen, das weiß ich. Meine Meinung. Ach, du flieg einfach rein. Ich hab halt nichts mehr. Ich hab nur noch... Warte. Ich kann ein Messer draufwerfen. Warte, ich lande kurz dann werfen. Nervig schön. Chinabella. Ja. Das ist das Scheißding halt neben dem explodiert. Das ist so nervig, ne? Ja. Gut, so. Jetzt sitzen nämlich noch tausend. Ne? Die tausend letzten Baerpunkte haben wir schon am Hintern. Geil. Ah, warte, warte, warte. Ich helfe wieder. Wir machen 1, 2, 3. Okay, nice. Nice, nice, nice. Hier hab ich aber auch paar Versuchflug gebraucht. Ich geh hier zum High Guard. Nein, der will ich doch gar nicht haben. Bring den Typen plundern. Ich glaub, wir haben die Alarm erst ausgelöst, seit ich den Benzintag in die Luft gejagt hab, ne? Pass an. Ey, bleib hier. Wir haben sie eingekesselt. Okay, die haben uns eingekesselt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr eingekesselt. Ich bin sehr eingekesselt hier. Ich seh die nicht mal alle. Nein, ich will das nicht. Ich seh die die ganze Zeit voll. Vor mir gerade ein paar sind. Und natürlich muss der mir jetzt so einen Pumpschuss in die Fresse geben, wenn ich gerade beim Nachladen bin, der Hugo, alter. Kannst du mir kurz helfen? Ne, ich auch beim Auffreuen. Ne? Gerade am Nachladen, man muss der Typ mir so einen Pumpschuss in die Fresse geben. Da haben sie, glaub ich, oder? Ne. Läuft bloß eine komische Musik auf einmal. Ne, dann glaub ich, das ist jetzt voll krass gekommen. Ja. Vom wo denn? Keine Ahnung. Haben wir eigentlich keinen Bock mehr? Ne, ne? Naja. Neh mal die Schaufschützen, glaub ich. Ich glaub, ich geb einfach kurz auf und der respawne mich. Mhm. Ich wollte hier oben mal gucken. Da werden wir auch kein Links, ne? Mal gucken, ob ich dann hier oben ein paar Leute absenommen kann. Ist gerade angeboten. Aber hier ist, glaub ich, niemand, ne? Ja, kannst du kurz umdrehen? Da muss ich halt wieder da. Du kurzen. Oh, also. Ich seh hier keinen. Ja, aber der eine ist sehr weit, sag ich mal. So, wo sind die restlichen? Nehm dir, nehm dir, war einer! Unter dir! Nehm dir! Hier wirkt auf jeden Fall irgendjemand gerade Granaten. Irgendwas. Hat jemand durch? Ja. Was waren die alle? Ne. Dann wär ja befreit, wenn wir alle haben. Einzelne Zeug. Noch mal. Wenn wir alle hätten. Alter! Halt die Klappe, dummes Radio! Hm. Okay. Ich muss ja irgendwo jemand sein. Ansonsten... Jetzt! Ich hab ihn. Ihr hättet auf mich geschossen. Gott. Fingerfabrik befreit. Nice. Ja, das ist wahrscheinlich gerade die Sequenz. Ah ja. Jetzt kommt sie. Springen Sie mal kurz, weil es ist eh langweilig. Da fahren jetzt ein paar Typen rein, auf wer die ist. Oh.